Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich bin Saxuro und das hier ist ein Video zu einer 30-Tage-Foto-Challenge. So, wir haben Tag 8, heißt also die 8. Foto-Challenge. Mal gucken, was ich heute so ziehe. Das wird die Aufgabe für heute sein. Und es wird sein... Etwas Tierisches, was kein Tier ist. Das Tierisches, was kein Tier ist. Die Aufgabe etwas Tierisches, was kein Tier ist. Hm, passt da wohl dieser Bär hier? Ich würde sagen, ja. Den fotografiere ich jetzt einmal. Das ist eins, was mir einfällt und dann habe ich noch eine zweite Idee. Aber das ist gerade erst einmal Plan 1. Diesen süßen, schluffigen Bären hier. Genau. So, das ist Idee 2. Idee 2 ist quasi der Elche im Oetkerpark. Durch diese Bäume hier durch, als Framing. Mit 70, 200. Mir ist eine Idee gekommen. Als ich im Auto saß und überlegt hatte über das Thema etwas Tierisches, was aber kein Tier ist. Hm, ich habe ja schon quasi Skulpturen, die aussehen wie Tiere fotografiert. Es ist ja was Tierisches ungefähr. Aber ich habe das nochmal überdacht und dann kam mir die Idee. Ein tierisches Produkt, was wirklich von einem Tier stammt, aber ja kein Tier ist. Das ist meine neue Idee. Okay. Ich präsentiere euch Eier. Ich werde jetzt mit einem Ei und dieser Taschenlampe hier, werde ich jetzt ein Foto machen. Ich werde die hinstellen. So. Und werde ein Ei oben drauf tun. Und das dann durchbeleuchten. So sieht im Video jetzt meine Idee aus. Und in die Taschenlampe oben drüber ist das Ei. Und das werde ich jetzt versuchen im Foto festzuhalten. Es ist etwas Tierisches, was aber kein Tier ist. Wenn ich richtig nachgedacht habe. Schon. Ein Ei ist etwas von einem Tier, aber es ist noch kein Tier. So, jetzt mache ich das Foto. Und mein abschließendes Foto, was ich final ausgewählt habe für diesen Tag ist folgendes. Aufschungsgericht. So, jetzt泣iere euch. columnar go unlike einımızı. Oder auf und packen etwas. Aufесте dieuta